Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Hardcore Kerbal nach etwas längerer Wartezeit und einem kleinen Hilferuf an die Community und ihr habt viele viele gute Tipps geliefert wie man das hier wieder reparieren kann und ich habe mich mal dafür entschieden das KML zu benutzen also ein Editor für Safe Games der das repariert und ich würde sagen wir probieren es jetzt einfach mal ich habe es noch nicht ausprobiert aber es gibt jetzt wieder einen Andock Knopf also probieren wir das einfach mal und siehe da wir haben Separation sehr gut also es geht weiter mit dem Space Truck und jetzt müssen wir mal gucken wir sind da nicht rumschlagern so Control from here und wir wollen das da als Target so und dann richten wir uns schon wieder ein bisschen ordentlich aus damit das halbwegs passt und jetzt müssen wir mal gucken dass wir das machen was wir eigentlich machen wollten nämlich das drehen damit ich mir den Triebwerken nicht alles abfacke und so muss das eigentlich ganz gut klappen und jetzt müssen wir eigentlich nur noch ein bisschen Gas geben und zuschauen dass wir so halbwegs den Docking Port wieder treffen und dann soll es das normalerweise schon gewesen sein achso wahrscheinlich waren wir jetzt nicht weit genug weg wegen Disengage und so kurz gucken ich glaube man braucht so zehn Meter Abstand oder sowas haben wir denn genug Monopropellant ja haben wir gut dann lassen wir mal kurz raus driften und setzen dann noch mal für neues Docking an in der hoffnung dass das dann passt warum driften wir so komisch der soll doch gar nicht driften so wir sind da safe das Ding ist immer noch lockt Open Shield ist der vielleicht noch kaputt gut also wir gehen mal einmal auf zehn Meter raus dann müsste der normalerweise aktiv sein wieder dass wir docken können hoffe ich sehr für ihn sonst muss ich den noch mal reparieren und wir müssen noch mal ansetzen aber ich bin jetzt erst mal zuversichtlich habe noch keine ahnung warum das so eigenartig mit steuert also so komisch driftet aber wahrscheinlich ist das hier irgendwie wieder komische Sachen von persistent rotation come on so zack zack so das müsste reichen gut wir kommen der Sache wieder näher ich hoffe dass der jetzt hier wieder irgendwie close shield open shield so ich hoffe der zieht jetzt sauber an ich hoffe der zieht jetzt sauber an kommt ein bisschen eirig rein leicht versetzt aber das reicht eigentlich so und ich hoffe mal so der Winkel passt auch noch dass das da dazwischen liegt jetzt hoffe ich mal dass uns der docking port gleich zieht wenn ich wieder in irgendeinem komischen zustand enden und das sieht gut aus sehr schön so wir sind angedockt und jetzt auch mal in der richtung wie das eigentlich geplant war und jetzt können uns endlich mal mit dem thema beschäftigen was wir nämlich eigentlich vor hatten nämlich was wir eigentlich vor hatten war ja jetzt mal zu testen wie die hitzeentwicklung an der ganzen geschichte ist bevor all diese probleme aufgetreten sind und jetzt erstmal ein super dickes danke an alle tipps von euch also es gab sehr sehr viele tipps wie gesagt ich habe mich jetzt für die klm variante oder kml also dieser safe game editor wie heißt es sekunde ich gucke ganz kurz nach bin kml kürbel markup lister ja ich verlinke das tool mal falls ihr mal ähnliche probleme habt in der video beschreibung also kann ich auf jeden fall nur empfehlen das ging sehr sehr cool das hat einfach angezeigt hey da sind docking ports kaputt und mit einem rechtsklick drauf kann man dann sagen reparier das mal und das hat es offensichtlich gebracht sehr schön also doch auch schön mal die gegenrichtung machen zu können nämlich dass ihr mir mal was erklärt und mir helft das hat tatsächlich jetzt so ein bisschen den tag gerettet denn ich hatte in den letzten anderthalb wochen echt wenig zeit sachen durchzuprobieren weil ich viel beruflich unterwegs war und deshalb ist es umso cooler dass es jetzt wieder funktioniert so und jetzt geht es natürlich darum zu testen ob wir das so angebaut lassen können denn die gefahr die natürlich besteht ist dass wir mit den antrieben hier wenn wir die zünden dinge weg brennen deshalb will ich das unbedingt jetzt mal ausprobieren und ich würde sagen wir fangen mal mit niedriger geschwindigkeit an das hat den netten nebeneffekt dass wir auch gleich mal den orbit ein bisschen nach oben bringen können weil je weiter wir den orbit schon mal nach oben bringen umso schöner umso oder umso schöner umso leichter so rum trifft es das er kommen wir später natürlich auch los in richtung duna das heißt es schadet nicht und wenn ich jetzt mal so gucke so zumindest auf niedriger stufe scheint nichts akut heiß zu werden das sieht alles ziemlich gut aus auch wenn das irgendwie sehr knapp wirkt aber es wird schon mal nicht heiß das heißt wir fahren mal den schub ein bisschen weiter hoch ob es sich so hält ich kann im moment noch nichts erkennen dass irgendwo was schlimm werden würde mit gut viel haben wir auch noch ein bisschen um das hier zu brennen das sieht gut aus das sieht tatsächlich gut aus als ob das funktionieren würde so und jetzt gehen wir mal nochmal wo ist das da vorne muss man ein bisschen aufpassen irgendwelche trümmer teile schon wieder langsam wird es voll im orbit langsam wird es voll im orbit sind eigentlich unsere hitzetauscher aktiv gut dann gehen wir mal auf vollschub der finale test eigentlich und lassen das mal kurz brennen das sieht jetzt natürlich nicht gut aus weil es irgendwie da drin ist aber also optisch zumindest aber es scheint nicht im hitzefeld zu sein es nimmt keine hitze auf die triebwerke werden heiß aber der space truck oder die landeeinheit bleibt kühl sehr schön das nenne ich doch mal erfolgreich erfolgreich gerettet und unser duna lande return basis monster modul hat auch das was es soll sehr schön gut dann würde ich sagen bringen wir uns mal noch so auf 400.000 hoch und machen das dann noch einmal kreis rund also 400 km also 400 km da haben wir eine schöne Höhe kommen aber noch ganz gut hin mit irgendwelchem Nachschub so und dann worpen wir einmal rüber auf die andere Seite und auch der rote punkt ist immer noch aktiv das heißt wir müssten theoretisch vom space truck aus satelliten fernsteuern können und das ist jetzt natürlich das nächste thema was wir noch vorbereiten müssen ähm ich möchte nämlich gerne noch satelliten mitnehmen und zwar möchte ich gerne mindestens einen satelliten mitnehmen mit dem ich äh während wir in der duna umlaufbahn und auf duna operieren parallel unbemannt in richtung ike fliegen können um dort unsere mission zu erledigen denn wir haben ja hier neben der duna geschichte haben wir auch noch explore ike das ist auch noch mal ein bisschen was was da offen ist und was wir erledigen können und das bietet sich natürlich unheimlich an das direkt mit zu erledigen so jetzt warten wir kurz bis los space truck aus sich gedreht hat und wir gas geben können was jetzt gleich der fall ist muss doch nicht genauer sein wenn es unbedingt nötig ist dass wir das noch grob zirkularisieren vom umlauf her und damit eine schöne startumlaufbahn haben weil 400 kilometer höhe bedeutet am ende des tages und komm dreh dich mal wieder ein bisschen zurück komm äh 400 kilometer umlaufbahn deswegen weil ich damit die kleinen relay antennen nutzen kann wenn ich unbemannt nachschub zum beispiel die satelliten und dann nochmal betankung und werkzeug und was man nicht noch alles brauchen hochschicken ähm diese kleinen relay antennen ihr erinnert euch noch sicher die so flach haben wir hier eine irgendwo dran die ich immer ganz gerne nehme um probes erstmal von der basisstation aus zu steuern hier ist jetzt glaube ich keine dran ähm die haben halt 500 kilometer reichweite und damit sind wir in einer 400 kilometer umlaufbahn immer noch in einem safen bereich wo der space truck quasi das kommando übernehmen kann so und jetzt bringen wir das schnell noch nach oben und dann würde ich sagen setzen wir uns mal ran und fangen an so eine probe zu konzipieren die muss letztlich auf ike landen können und wir können gleich mal gucken oder ich guck gleich mal sobald ich fertig bin ähm was wir so an delta v erfordernissen haben um das teil von einer dummer umlaufbahn in die ike umlaufbahn zu bringen und dann auch noch dort zu landen ähm zurück muss sie nicht mal mehr zwingen das wäre nett aber es ist halt nicht so die hauptherausforderung so jetzt wird es ein bisschen ungenau aber das reicht erstmal von der umlaufbahn so ich würde sagen das hitze overlay kann auch aus das haben wir denke ich gut bewiesen dass hier alles super ist nur die triebwerke werden heiß also das sieht gut aus das können wir so lassen ähm was man noch überlegen könnte ist ob man das hier nochmal versteift aber das sieht auch insgesamt relativ also es wobbelt nicht groß sieht relativ stabil aus alles gut so dann also ab in richtung space center und ähm wir gucken uns mal an was wir satellitentechnisch so machen können für unsere kleine mission wir haben ja haben wir neue probe course freigeschaltet ich meine mich zu erinnern dass da irgendwas war aber das können wir gleich mal nachgucken wir haben neue probe course freigeschaltet sehr schön ähm der ist natürlich schön flach der bietet sich da echt auch für an ich zeig euch mal was ich vorhabe und zwar ne äh lasst uns anders anfangen und zwar möchte ich als grundlage der ganzen geschichte so ein lustiges service bay nehmen ein kleines so und das wird der ikesat ikesat so und der ikesat kriegt natürlich ein probe core damit wir den irgendwie steuern können so und der ikesat kriegt natürlich auch noch ein bisschen Strom damit wir den auch längerfristig steuern können und nicht nur mal eben kurz so und dann können wir mal gucken ähm ich hätte jetzt gesagt es macht Sinn wenn wir den ikesat ähm noch mit ein bisschen signs ausstatten und oben docking technisch jetzt müssen wir mal gucken welche größe ist und das jetzt äh wir brauchen einen normalo docking port der ist sogar schon die größe ok dann können wir das so lassen das heißt oben kommt ein docking port drauf und unten drunter können wir noch eine srs einheit klemmen das schadet wahrscheinlich nicht denn ich denke mal das ding hier hat nicht allzu viel ne hat gar nichts das hat gar keine reaction wheels ok das heißt wir nehmen reaction wheel mit aber es reicht glaube ich so ein kleines wenn wir das hier reinpacken ähm und nicht so ein monster teil und dann können wir hier drinnen noch ein paar science experimente verstauen und zwar wollen wir gerne auf jeden fall mal gucken dass wir seismic data uns holen das ist schön klein wir können uns noch ein thermometer mitnehmen thermometer geht immer finde ich so und jetzt noch mal gucken irgendwas kleines noch wir können hier drüben hier noch was reinpacken was haben wir denn noch kleines wo ist denn unser pressmart barometer ja ja da ist zwar keine atmosphäre aber es müsste theoretisch trotzdem funktionieren dass es zumindest science daten liefert aber noch irgendwas echt kleines das heißt wie impact hammer ist ein bisschen zu groß laser laser based geological science vaporizing surface samples hm können wir mal gucken wie groß das ist ne wir haben es ja ach ja ach ja warum nicht ich pack es einfach mal mit ein hat das hat das irgendwelche part clipping probleme dann oh das ist ganz schön knapp ne das machen wir vielleicht mal außen ran danger lasers so so nur gucken dass die lasers auch in die richtige richtung zeigen ist das da die laser richtung ja oder so macht das irgendwie sinn er soll ja nach unten lasern ich hätte jetzt vermutet dass es in die richtung lasert bzzp so dann können wir noch lasern und dann gucken wir mal vielleicht machen wir doch noch seismic impact hammer bringt uns ohne den sensor port nicht so viel obwohl der ist eigentlich gar nicht so groß ne zack ach komm den nehmen wir noch mit so äh so geht das das geht zack zack sieht gut aus also ja sieht so mittelprächtig aus aber das sollte auf jeden fall science technisch eine coole ausbeute sein so und jetzt brauchen wir natürlich noch so eine art probe body mäßiges das ding um irgendwie landen und fliegen und tüdeln zu können und ich vermute mal dass uns da ein echt kleines triebwerk reichen dürfte weil ike natürlich eine sehr 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 geringe schwerkraft hat äh duner ike so damit haben wir eine trust rate ratio von 10,11 das ist ja schon mal deutlich mehr als wir brauchen cool dann reicht das gibt es noch etwas kleineres 18 kN 16 2 kN und der wiegt 0,1 t 0,02 t ja ja vielleicht jedes gewicht was wir sparen ist weniger was wir mitschleppen müssen wenn wir damit 1,18 trust weight ratio ja das reicht ja eigentlich um zu landen ne mehr als 1 halt das ist ok muss man ein bisschen aufpassen und wir haben eine delta v von 3200 damit das ist natürlich auch ganz schick so jetzt gucke ich mal auf mein schlaues blatt mein schlaues blatt sagt um zu landen braucht man 535 delta v mhm machen wir das nochmal auf und klatschen uns da auf jeden fall noch ein körbel engine hier rein so dann haben wir auf jeden fall genug also wir brauchen um von duner in richtung ike zu kommen brauchen wir 270 dann brauchen wir nochmal also ich lese jetzt einfach mal vor was auf meinem blatt steht dann brauchen wir nochmal 110 um in den orbit zu gelangen dann sind wir bei 380 und dann brauchen wir nochmal 535 um eine landung hinzulegen das heißt wenn wir das jetzt alles mal zusammen tackern sind wir bei 915 delta v also runden wir mal wieder großzügig auf auf 1000 wir haben jetzt 3000 delta v das sieht insgesamt so aus als ob das reichen würde das heißt wir müssen hier noch gar nicht weitere große anstalten machen das einzige was wir auf jeden fall noch brauchen oder dinge die wir auf jeden fall noch brauchen nicht das einzige sondern dinge die wir brauchen landebeine da nehmen wir auf jeden fall was leichtes mit also hier die kleinen dinge das reicht uns für unsere zwecke ja komplett zack eingefahren und wir brauchen solar panels damit wir mit unserer probe auch arbeiten können und die finden wir auch nicht unter science die finden wir auch unter utility und ich würde sagen wir geizen mal nicht sondern wir nehmen die wiederverwertbaren oder die wieder einfahrbaren man weiß ja nicht was auf der mission so passiert und ich glaube aber dass uns da sollten wir sie vielleicht nicht hin bauen weil da kommt der seismic impact hammer und der laser raus geschossen bauen wir die doch einfach hier hin dann haben wir zwei stück das sollte reichen wir haben gewissen batterie speicher von 2005 electric charge und das ganze ding wiegt insgesamt 1,6 tonnen das heißt das ist auch jetzt kein riesen havoc das irgendwie in den orbit hoch zu bringen zum space truck und es einmal anzudocken jetzt hätte ich aber wieder beinahe die antenne vergessen und ihr sitzt wahrscheinlich schon alle da und kaut nägel mhm was nehmen wir denn für eine wie hoch ist denn Ike über das steht natürlich wieder nicht da wie weit ist Ike weg wie weit ist Ike von Duna weg reichen uns da wahrscheinlich reicht es nicht ne also was nehmen wir denn ja wie weit ist Ike weg mhm ich würde gerade kann ich das irgendwo sinnvoll rausfinden vielleicht über vielleicht über unsere wie ist das über unsere tracking station genau vielleicht steht das in den characteristics drin schrubb von Ike wie hoch sich Ike über Duna bewegt schrubb so nah ran und Ike und jetzt haben wir hier eigentlich ziemlich viele Informationen aber nicht nicht wie weit über Duna sich Ike bewegt okay äh das sollte ich dann vielleicht noch rausfinden bevor wir das Ding nach oben jagen ähm ja also das wäre so die Aufgabe quasi bis zum nächsten Mal meine kleine Hausaufgabe aber ich bin mir ziemlich sicher dass bevor ich das nachgeschlagen habe ihr wahrscheinlich schon die ersten Kommentare hinterlassen habt und dann bauen wir da noch eine entsprechende Antenne dran und dann schießen wir nächste Folge den Satelliten zum Space Truck hoch der jetzt juhu wieder funktioniert und morgen kommt dann natürlich noch ein Abstimmungsvideo für den Livestream ähm am Freitag ist also wieder ein Livestream und ich guck mal dass ich am Wochenende auch endlich das nächste Real Solar System Video rausbringe in diesem Sinne vielen Dank für eure Geduld vielen Dank für eure Hilfe und vielen Dank fürs Anschauen dieser Folge wir sehen uns Freitag im Livestream und bis dahin mein Name ist Robert und Tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss und bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017